Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen der Fall John Yesterday weiter. Und jetzt müssen wir versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, um den Ast bzw. dieses alte Gewächs aus dieser Eisschicht zu befreien, um unsere Samen einzupflanzen. Ich bin auf die Idee gekommen, natürlich nach der Aufnahme, vielleicht es schwer zu benutzen. Das wäre nämlich sehr sinnvoll. Ausnahmsweise. Weil jetzt dürfen wir eben den Raum verlassen mit dem Schwert. Ich weiß es nicht mehr, woher... Ah doch, hier. Und jetzt können wir mit dem Schwert... Du zerbrichst die Eisdecke und den toten Strauch mit dem Katana, entfernst die Erde und reißt ihn mit der Wurzel heraus. Genau, jetzt können wir es nämlich entfernen. Und jetzt kommen wir auch endlich an den Eimer ran. Das alte Seil hat einer scharfen Klinge nichts entgegenzusetzen. Und damit kommen wir nämlich auch an unser Eis ran. Ganz logisch, gell? Mit dem Seil kannst du den Eimer unter einem der Eiszapfen platzieren, welchen du sorgfältig mit dem Katana abschneidest. Was unser Meister wohl dazu sagt, dass wir das schöne Katana so zweckentfremden... Na ja, äh... Ach, unsere Samen müssen wir hier noch einpflanzen. Du bringst die Samen aus, weißt aber, dass sie ohne weiteres Zutun lange zum Keimen brauchen werden. Sie brauchen vor allem viel Liebe, Zeit und Licht. Und Wasser. Du stellst den Eimer in den Weihrauchbrenner und... Nach kurzer Wartezeit löst sich der Eiszapfen auf. Oh, das war jetzt auch nicht so schwer. Aber irgendwie letzte Folge habe ich es einfach nicht geschnallt. Du gießt die Samen Tag für Tag, Woche für Woche, bis schließlich... Du hast eindrucksvoll bewiesen, dass du die erforderliche Geduld, Schleue, Ausdauer und Ehrfurcht vor dem Leben besitzt, um die Beherrschung des unbekannten Sinnes zu erlernen. Vielen Dank, Meister. Hast du deine Aufgaben für heute erfüllt? Ja, Meister. Sehr gut. Denn heute wirst du mit Sicherheit nichts mehr tun können. Bereite dich vor. Vergiss, dass du Augen hast und öffne den Geist für den unbekannten Sinn. Bereite dich vor. Ich werde es sicher nie schaffen. Du sollst niemals nie sagen. Übe dich in Geduld. Diesmal ging es immerhin schon etwas besser. Bereite dich vor. Okay. Henry! John! Lass sie los! Nein! Zuerst mach mich unsterblich! Niemals! Und was ist mit ihr? Na? Nein! Du hast 20 Minuten, um diesen Trank zuzubereiten. Höchstens eine halbe Stunde. Deine Mutter hat alles mitgebracht, was ein guter Alchemist dafür so braucht. Nicht wahr, Frau Doktor? Kennst du den noch, John? Den habe ich aus Brattis Lava. Wer weiß, wie er dorthin kam. Der Becher eines Zimmermanns hätte es auch getan. John, ich... John, ich... Vielen Dank, John. Also, John, erzähl mal. Hast du Napoleon, Nostradamus, Marilyn Monroe und Hitler kennengelernt? Okay. Also, kleine Zusammenfassung. Äh... Wenn das unsere Mutter ist, ist es eine scheiß Mutter, die hat uns dann nämlich voll verraten. Da gucken wir mal, was ich aber irgendwie nicht glauben kann, dass die Mutter von ihm das machen würde. Außerdem geht es doch eigentlich gar nicht. Das kann auch gar nicht seine Mutter sein, weil der ja schon zig Jahrhunderte alt ist, der Kerl einfach. Also, John, yesterday... Ja. Jetzt schauen wir mal, was Henry noch so vorhat. Hm... Wollen wir schweigen, darauf einsteigen oder herausfordern? Wir fordern ihn mal heraus. Hast du etwa vergessen, dass ich dich töten kann, aber du mich nicht? Na klar kann ich das, John. Und das allerbeste ist, wenn ich dich töte, kommst du als mein Freund zurück. Eine einzige Kugel. Und wir versöhnen uns wieder. Da geht dir plötzlich ein Licht auf. Henry, Cooper, deine falsche Mutter. Oh, okay. Also falsche Mutter. Klar, kann ja nicht unsere sein. Wieso hast du vorgegeben, meine Mutter zu sein? John, Henry zwang mich dazu. Er bedrohte mich. Er erfand diese ganze Geschichte, damit du mit den Nachforschungen beginnst. Hm... Wer bist du wirklich? Wie ich dir gesagt habe. Elaine Yesterday. Dann heißen wir wohl gar nicht Yesterday mit Nachnamen. Und vermutlich auch nicht John. Ist es wahr, was du erzählt hast über meinen... deinen Mann? Fast alles. Frank war mein Doktorvater und ich verliebte mich in ihn. Er starb vor drei Jahren mit 84 friedlich in seinem Bett und... nicht in der Cadway Station, wie ich dir erzählt habe. Henry hat diese Geschichte erfunden und mich gezwungen sie dir zu erzählen. Aha. Bist du tatsächlich eine Expertin für satanische Sekten aus dem Mittelalter? Alle Bücher und Artikel, die du gelesen hast, stammen tatsächlich von Frank und mir. Wow, okay. Wie bist du in die Sache geraten? Henry engagierte mich vor zwei Jahren und gab mir nur einen einzigen Hinweis. Das Symbol Y. Ich überprüfte den Zusammenhang mit dem Orden des Fleisches und dessen Foltermethoden. Aber das war schon alles. Vor einigen Monaten engagierte mich Henry erneut, aber diesmal mit einer Pistole im Anschlag. Ich sollte vorgeben, deine Mutter zu sein. Ich spielte deine Mutter bis zu deinem angeblichen Selbstmord in Paris. Und als du zurückkehrtest, tat ich es noch einmal, als wäre nichts gewesen. Die ist ja auch drauf, die Alde. Was versprichst du dir davon? Am Leben zu bleiben. Wenn Pauline wieder aufersteht, trinken wir alle aus diesem Kelch. Als ob Henry das zulassen würde. Du kennst Henry. Glaubst du wirklich, dass er dich davon trinken lässt? Ja. Nicht wahr, Henry? Es stimmt, Elaine. Du kennst mich und weißt, dass ich nicht geizig bin. Ich bin der amerikanische Millionär, der am meisten Geld und Zeit für die Wohlfahrt opfert. Das Unternehmen White überlässt alle seine Patente einer gewissen NGO, die sie für das Allgemeinwohl einsetzt. Ich habe im ganzen Land Krankenhäuser gebaut, Schulen, soziale Einrichtungen. Du kennst mich. Du weißt, dass ich alles tue, um zu bekommen, was ich will. Aber du weißt auch, dass ich, sobald ich es habe, es auch teile. Elaine, sei versichert, sobald ich unsterblich bin, wirst auch du es sein. Als ob. Der kann gute Reden schwingen, das stimmt schon, ja. Aber als ob. Wie lange hast du mich in dem Raum gefoltert? Seit dem Tag, als wir dich dort hinbrachten, sind zwei Jahre vergangen. Aber ich habe den ersten Monat verpasst. Wegen dir. Alter, krass. Zwei Jahre gefoltert. Diese Narbe. Tut sie weh? Nur wenn es anfängt zu regnen. Die von Henry angehörten Ärzte waren die besten. In anderen Händen wäre ich gestorben. Hm. Hat es dir Spaß gemacht, mich zu foltern? Ja. Ich fühlte mich gut dabei. Mächtig. Gefährlich. Befriedigt. Rache schmeckt süß. Okay. Er hat also gewisse Vorlieben. Ist auch in Ordnung. Hast du dich niemals schuldig gefühlt? Eines Tages, im ersten Jahr, wurdest du bewusstlos, nachdem ich dir mit dem Schläger ein paar Rippen gebrochen hatte. Du bist aufgewacht und hast gefragt, weißt du, wie du heißt? Ich sagte dir wortwörtlich, ich heiße Samuel. Samuel Cooper. Du hast nur geantwortet, du hast Glück, Samuel. Es dauerte einige Wochen, bis ich dich wieder foltern konnte. Hm, okay. Was glaubst du, wird Henry tun, wenn der Trank funktioniert? Wird er dich trinken lassen? Henry ist mein bester Freund. Ja. Stimmt's, Henry? Ich bin dein einziger Freund, Cooper. Der Einzige. Aber weißt du was? Du bist auch der Einzige, den ich habe. Mein Leben begann zur gleichen Zeit wie deines, in der Universität, an dem Tag, als wir zusammen Ralph Martinson ermordeten. Niemand hat kapiert, wieso wir uns so gut verstanden haben. Der strebsame Erbe und der arme Sportler. Aber das, was uns verbannt und noch immer verbindet, das hat sonst niemand. Wir sind was besonderes, Cooper, du und ich. Wie hätte ich ohne dich der Unsterblichkeit die Stirn bieten können, Cooper? Okay. Jetzt kommen wir zu Henry und uns mal seine Art der Geschichte an. Wie viele Menschen hast du ermordet? Nicht viele. Um die 50. Vielleicht auch 100. Dich eingerechnet. Okay, dann waren es schon einige. Toll. Wieso hast du Paulins Vater umgebracht? Er wollte nicht kooperieren. Hm. Den knallt er einfach ab. Das sollten sich die anderen auch immer in Gedanken machen. Wie bist du an Petit geraten? Durch deinen Freund Boris. In der Catway Station. Er sagt, er habe in Paris, Berlin und Moskau gelebt. Mist. Schau. Da ist Wachs von den Kerzen auf den Kuchen getropft. Ich habe die Bibliotheken all dieser Städte überwacht. Wenn sich jemand ein Buch auslieh über Sekten, Satanismus, Alchemie, die Bedeutung bestimmter Buchstaben, die Inquisition, Folter, erfuhr ich es. Das Gute an Petit war sein unstillbarer Wissensdurst. Ich muss schon sagen, ich mag Boris. Ich weiß nicht, irgendwie hat der was sympathisches. Pauline hat mir erzählt, dass ihr Vater... Er verbrachte den Tag mit einem amerikanischen Sammler. Sie schlossen ein großes Geschäft ab. Es sollte uns viel Geld einbringen. Wir wollten den Laden renovieren, auf Reisen gehen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte er sich... erhängt. Was ist wirklich passiert, Henry? Um sein Vertrauen zu gewinnen, sagte ich ihm, dass ich die Erstkaufoption auf alle Antiquitäten haben wollte, die er findet. Aber als ich versuchte, Informationen über den Orden des Fleisches aus ihm heraus zu bekommen, sagte er, er habe seine Nachforschung vor Jahren aufgegeben, ohne etwas gefunden zu haben. Also hatte ich keine Verwendung mehr für ihn. Und er wusste zu viel über mich, sodass ich ihn umbringen ließ. Also knallte quasi Henry, Henry, einfach alle ab, die ihm im Weg waren. Was hat er dir über seinen Kontakt zu Choke erzählt? Zu dir meinst du wohl eher. Du warst es, der ihn auf die Spur des Ordens brachte. Bestimmt durch irgendeine verborgene Erinnerung, die dich plötzlich überkam. Aber deine eigenen Erinnerungen machten dich wahnsinnig. Unberechenbar, egozentrisch, gewalttätig. Ich ließ dich glauben, dass du zur Zeit der Inquisition lebtest und dass seine Tochter eine Hexe war. Ja, John. Du hast versucht, deine geliebte Pauline zu töten. Wie gefällt es dir zu wissen, dass wir gar nicht so verschieden sind? Okay, das war jetzt so ein bisschen verrückt und so. Was hast du mit mir gemacht, Henry? Von allem etwas. Was genau willst du hören? Ich weiß gar nicht, ob ich das so wissen wollen würde. Anfangs hast du ausschließlich Obdachlose angezündet. Wieso hast du begonnen, sie mit den Foltermethoden des Ordens zu traktieren? Wegen dir, John. Als Frau Dr. Yesterday deine Narbe mit dem Orden in Verbindung brachte und ich dessen Foltermethoden entdeckte, dachte ich fälschlicherweise, dass in ihnen das Geheimnis der Unsterblichkeit ruhe. Du hast mich zu dem gemacht, der ich bin, John. Herzlichen Dank. Kranke Scheiße einfach. Vor allem, der hatte noch voll Spaß daran einfach. Was war seit dem Tag, als Boris aus der Fabrikhalle geflohen ist und du mich hinterrücks ermordet hast? Das war die beste Zeit meines Lebens. Stell dir ein Kind mit einem Kuchen vor, der niemals alle isst. Oder einen Perversen mit einem Mädchen, das ständig die Beine breit macht. Oder einen Psychopathen mit einem Opfer, das man immer und immer wieder töten kann. Aber irgendwann war ich's leid. Ich wollte sein wie du und begann nachzuforschen. Ich mag das Spiel. Wie kamst du darauf, mich mit der Suche nach dem Orden des Fleisches zu beauftragen? Wegen deiner Erinnerung. Ich bemerkte, dass du dich manchmal an Dinge aus deinem früheren Leben erinnerst. Ich genoss es zum Beispiel, dich mit elektrischem Strom zu töten. Ab und zu hast du dich an solche Tode erinnert. Als Frau Doktor Yesterday keine Fortschritte mehr machte und Petit sich weigerte, mir zu helfen, dachte ich mir, dass deine Fähigkeit, dich an deine eigene Vergangenheit zu erinnern, die beste Methode wäre, sie zu rekonstruieren. Und so war's dann auch. Also hat er uns echt nur ausgetrickst. Ich dachte, es war so ein netter Bengel, ja? Marcel hat es versaut, indem er mir Quecksilber zu trinken gab. Das hat meine Fähigkeit, mich zu erinnern, gestärkt. Im Gegenteil. Wäre das nicht passiert, wären wir heute sicher nicht hier. Marcel war ein echter Profi und ein guter Freund. Aber ich mache dir keine Vorwürfe, dass ihr ihn umgebracht habt. Du und deine Freundin. Andernfalls hätte ich ihn sicherlich erledigt. Wenn er so ein guter Freund war, warum bringt er ihn dann um? Du hast Cooper und Elaine versprochen, die Unsterblichkeit mit ihnen zu teilen. Und so ist es auch. Gerne würde ich sie an das erinnern, was du vorher gesagt hast. Ich hatte keine Verwendung mehr für ihn und er wusste zu viel über mich, sodass ich ihn umbringen ließ. Welche Verwendung hast du noch für Elaine, wenn du unsterblich bist? Tja, jetzt kommt alles raus. Marcel war ein echter Profi und ein guter Freund. Aber ich mache dir keine Vorwürfe, dass ihr ihn umgebracht habt. Du und deine Freundin. Andernfalls hätte ich ihn sicherlich erledigt. Wenn du das mit all deinen Freunden machst, was soll da Cooper denken? Henry! Ach Gott. Cooper. Mein Gott, John. Was haben sie dir getan? Zu guter Letzt nur noch du und ich. und deine Freundin. Hast du sie so schnell vergessen? Wird sie sich erinnern? Verdammter Bastard! Oh mein Gott. Soll das der Preis für die Unsterblichkeit sein? Wow. Okay. Der hat mal wieder unsere Freundin umgebracht. Du wirst für all das bezahlen, Henry. Droh mir nicht, John. Eine einzige Kugel. Und du bist wieder mein Sklave. Stimmt, weil dann vergessen wir ja wieder alles. Was fühlst du? Jetzt, da du unsterblich bist. Frieden. Ruhe. Ich will... Ich will einen Schlussstrich unter das Ganze ziehen. Nee, wie willst du das machen? Er kann uns ja nicht töten, in dem Sinn. Na, wie viele Kugeln hast du noch übrig? Verarsch mich nicht, John. Oh oh. Oh Gott, Cooper lebt noch. Welche der drei Hauptfiguren dieser Geschichte wird das Gleichgewicht aus den Angeln heben? Uiuiuiuiui. Okay. Wisst ihr, was ich mich gerade gefragt habe? Was wäre denn, wenn Henry, John, eine Kugel in den Kopf gejagt hätte? Würde dann John wieder auferstehen? Oder geht es nur, wenn es nicht das Gehirn trifft? Das hätte mich interessiert, so wie bei Zombies und so. Ähm, ja. So, nebenbei. Wir gucken uns in der nächsten Folge die drei Auswahlmöglichkeiten an. Ich werde alle drei durchspielen und werde dann so einen Zusammenschnitt machen. An dieser Stelle war das dann alles. Und ich verabschiede mich ganz herzlich und habe mich natürlich wieder mal gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Schlaflos. Tschüss!